Angelika Kaufmann, Bildnis Johann Joachim Winkelmann Die Malerin Angelika Kaufmann erhielt während ihrer Grand Tour durch Italien zahlreiche Aufträge zur Porträtdarstellung anderer Reisender, die diese als eine Art Souvenir erstanden. Kurz nach ihrer Ankunft in Rom wurde sie von Johann Caspar Füßli, dem Vater Johann Heinrich Füßlis, beauftragt, den Altertumsforscher und Bibliothekar Johann Joachim Winkelmann zu porträtieren. Dieser stand im Dienste des Kardinals Giovanni Francesco Albani und wurde 1764 zum Oberaufseher der Altertümer in Rom. Er führte die Theorie vom hellenischen Reinheitsideal, das seiner Meinung nach auf edler Einfalt und stiller Größe beruhte ein. Er beschreibt in seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst die große und gesetzte Seele, die ihrer Emotionen mächtig ist und es versteht, diese weder in Haltung noch Mimik preiszugeben. Wichtiger sei es, die Aufrichtigkeit des Herzens im Dargestellten erkennen zu können. Ebenso im Sinne dieses Ideals betonte er die Verwendung klassisch edler und reiner Materialien, wie weiße Marmor und Bronze. Das galt auch für die Farbigkeit, die zugunsten der Linie und Kontur zurücktreten sollte. Diese Ästhetik war ausschlaggebend für den Klassizismus und machte die Trennung vom Barock aus. Besonders Angelika Kaufmann verstand es, diese von Winkelmann so stark betonte Empfindsamkeit, dieses Streben nach Harmonie ausgerichteter Kunst in ihren Gemälden umzusetzen. Auch Winkelmann selbst lobt ihr künstlerisches Können. Mein Bildnis ist von einer seltenen Person, einer deutschen Malerin, für einen Fremden gemacht. Sie ist sehr stark in Porträts in Öl und das meinige kostet 30 Zucchini. Es ist die halbe sitzende Figur. Sie hat dasselbe in Quarto geätzt und ein anderer arbeitet es in schwarzer Kunst, um mir ein Geschenk mit der Kupferplatte zu machen. In diesem Porträt, welches zur gleichen Zeit wie sein Hauptwerk die Geschichte der Kunst des Altertums erschien, sieht man den 47-jährigen Winkelmann mit hoher Stirn und schütterem Haar an einem Schreibpult sitzen. Er trägt ein grünliches Gewand mit offenem Hemdkragen und einem locker um den Hals drapierten gelblichen Schal. Er scheint beim Schreiben einen Moment innezuhalten und richtet seinen Blick am Betrachter vorbei in die Ferne. Er hält mit der rechten eine Schreibfeder und stützt sich auf ein aufgeschlagenes Buch. Darunter liegt ein Relief, auf dem die drei Grazien dargestellt sind. Dieses Motiv stellt einen Bezug zu seinem Werk von der Grazie in Werken der Kunst, welches 1759 erschien, dar. Das sanfte Kolorit und die zarten Gesichtszüge des nachdenklichen Gelehrten stehen ganz im Zeichen des von Winkelmann propagierten menschlichen Schönheitsideals. Zwei Jahre später bekundete er abermals seine Bewunderung Angelikas in einem Schreiben. Füßli ließ mich von der geschickten Hand eines deutschen schönen Mädchens zu Rom in Öl malen. Auch Rudolf Füßli bewunderte das Werk, so dass er Angelika bereits 1767 in seinem allgemeinen Künstlerlexikon erwähnt. Das Porträt wurde in Zürich, wo es sich auch heute noch befindet, so positiv aufgenommen, dass es, wie bereits bei Winkelmanns Brief beschrieben, auch gleich durch Kupferstiche vervielfältigt und europaweit verbreitet wurde. Damit hat sie sich und ihm ein Denkmal gesetzt. Dieses Porträt prägt auch heute noch unser Winkelmann-Bild. Nach seinem Tod ist es immer wieder kopiert worden, meint Dr. Katrin Schade, Kuratorin im Winkelmann-Museum. Durch dieses Gemälde eröffnete sich für die Malerin schlagartig der internationale Kunstmarkt und es gilt heute als ihr kulturgeschichtlich bedeutendstes Werk.